Das Datum der Erstausstrahlung dieser Wi-Nachrichten war der 5.6.2020. Am 5. Juni selbst erwartete Portein, der ehrwürdige Mann vorhin. Der ehrwürdige Mann sprach. Ich war einen Moment unachtsam, bin wohl in meinen Wolken noch getrieben und nach dem Anteil gefallen. Aber jetzt, wo ich schon mal hier bin, werde ich nicht ein Beispiel sehen. Das klang schon nach einer echten Portein. Übrigens war er unverletzt mit ihm, weil er genau in ein aufgespaltes Struktur in der Feuerwehr gestürzt war. Wir haben einige Inselbegune nach dem Verein und gefragt. Ich habe den Leuten gesagt, dass das passieren würde. Okay, gibt es hier eine Toilette. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Peter. Der 5. September war das Ende Datum dieser Wi-Nachrichten. Wah! ah! Bis zum nächsten Mal.